Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play, das Haus der 1000 Türen, die Hand von Saruman oder irgendwie sowas und wir machen natürlich da weiter und beim letzten mal aufgehört haben hier im Hauptspiel und wir machen nicht ganz da weiter und beim letzten mal aufgehört haben, wir haben beim letzten mal aufgehört hier drin, hier haben wir euch irgendwie noch so Wimmelbild gemacht und haben da einen tollen Türgriff bekommen und aufmerksame Zuschauer werden jetzt feststellen, der hat ne Axt im Inventor, der hat er beim letzten mal nicht. Das liegt daran, dass der Spielstand irgendwie defekt war und ich jetzt hier in Windeseide alles nochmal durchspielen muss, die Axt gab es hier unten beim Bärenkopf, da konnten wir so mit Lupe hin und da gab es dann ne Axt. Ja, soviel dazu, also daher haben wir jetzt die Axt, wir haben jetzt hier auch einen Türgriff, damit müssen wir bestimmt auch irgendwas machen, irgendwo anklopfen, aber ich hab keine Ahnung mehr wo oder hatten wir das in der letzten Folge doch schon gemacht. Ich kann es euch nicht genau sagen, das hier hat man auf alle Fälle gemacht, ihr habt. Bei uns geht es jetzt irgendwie mit einem Türgriff weiter. Schauen wir mal, hier oben können wir den wahrscheinlich nirgendwo benutzen, ja, das dachte ich mir schon. Äh, ja, gucken wir einfach mal. Ah, hier, das sieht gut aus, einer der Griffe fehlt, das hat man glaube ich irgendwann schon mal entdeckt. Und findet die passenden Figurenpaare. Nein. 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 Ja. Frosch. Hatt ich nicht irgendwo einen Frosch gehabt? Jetzt geht das wieder von vorne los, klicken wir hier aus dem Frosch. Ja, prima. Nein. Papagei. Löwe hat man glaube ich noch nicht, hier, Kamel hatten wir hier unten. Ein Elefant. Ein putziges Schaf. Ne, das war der putzige Panda, hier ist das putzige Schaf. Eine Katze und ein Tiger. Hier war eine Eule. Oh, da ist auch eine Eule. Top. Das war jetzt Zufall. Was haben wir hier? Ein Panda, der ist dort. Die Schildkröte. Der Löwe. Und das letzte war Miezekatze. Und es gibt die andere Scheibe. Die andere Hyroglyphe. Top. Damit können wir jetzt wieder ganz zurücklaufen. Hier her. Dann dort durch. Hier durch die Tür. Durch den Gang mit Toten. Zum vielarmen Buddha. Dem geben wir hier seine Hyroglyphe. Und wir sehen. Zeichen. Klicke auf Symbolpaare, die thematisch zueinander passen. Weiblich. Männlich. Feuer. Wasser. Das ist doch aber. Na also. Äh. Sonne. Mond. Schlüssel. Schloss. Bogen. Pfeil. Bis jetzt relativ einfach. Blume und Blatt. Dreieck. Und Viereck. Und Note und Notenschlüssel. So. War bis jetzt relativ einfach. Und wir bekommen den Schädel. Äh. Und es passiert. Okay. Das ist jetzt wo ausgegraut. So viel dazu. Na gut. Okay. Hätten wir letzte Folge dann vielleicht auch noch alles machen können. Und dann wäre vielleicht auch der Spielstand nicht abgeschmiert. Okay. Aber was soll's. Wir bekommen einen neuen Schlüssel. Ein Elefantenschlüssel. Ein Elefantenschlüssel. Indien. Verzeihung. Natürlich. Alle Klischees werden bedient. Äh. Indien. Also. Assoziiert man sofort mit Elefanten. Kann eigentlich nur das hier sein. Kopfschuss. Elefant. Wupp. Der bekommt unseren Stempel aufgedrückt. Ha. Ha. Wär war scheiße. Ist gut. Lassen wir das heute mit Witzen. Konzentrieren wir uns lieber auf Spielen. Hier sieht ja. Hier. Das können wir schon mal mitnehmen. So ein Gewicht. Und natürlich ein Expertenobjekt. Davon kann man nie genug haben. Da. Kommt man wohl nicht durch. Vermutlich ein Wagenheber. An solchen Momenten brauchen wir meistens einen Wagenheber. Einen Wimmelbild. Hier. Äh. Fehlt uns eine Taste. Schade. Da. Ist zu dunkel. Da trauen wir uns noch nicht rein. Dann schauen wir einfach mal weiter. An diesem Totem fehlt ein Edelstein. Ich brauche einen Edelstein. Wo fehlt denn da einer? Na gut. Hm. Hier haben wir ein Feuer. Da haben wir. Das Feuer könnte nützlich sein. Ja. Genau. Nimm doch das Feuer einfach mit. Hier haben wir ein Buch. Oh. Da können wir doch was lesen. 3. März. Ich bin in Indien eingetroffen. Es ist erstaunlich. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich besuchte eine kleine Stadt namens Bhopal in der Provinz Rajasthan. Entlang des Weges sprach ich mit einem Eingeborenen, der ein geisterhaftes Haus in der Nähe einer verfluchten Stadt im Dschungel gesehen hat. Mit meinem neuen Freund fehlt der Mut und erweigerte sich, mich dort hinzubringen. Er flüsterte, dass es ein Ort großer Übel sei, wo die eingeborenen brennende Geister gesehen hatten. Wie kann etwas hier Feuer fangen? Es ist so schwül. Meine Kleider sind total durch ein Nest. Das waren zu viele Informationen. Hier haben wir noch ein Expertenobjekt gefunden. Hier wollen wir einfach mal in einer fremden Hütte rum. Aber okay, es ist eh nicht sonderlich aufgeräumt. Wir brauchen einen Buchstaben-L und eine Garnrolle. Ich fange einfach mal mit denen an, die noch nicht so verschwunden sind. Also die nicht versteckt sind. Hier haben wir eine Garnrolle. Ein Buchstabe-L ist hier. Relativ groß sogar. Ein Tannenzapfen. Eine Kamera. Ein Horn. Ein Brot. Was ist da? Ein Pinsel. Wo könnte man den? Da ist einer. Ein Wagenheber. Wenn wir den nicht bekommen, das wäre schon traurig. Nehmen wir den da. Der ist garantiert für die Säule. Könnte ich nicht euch wetten. Eine Gartenschere. Die ist dort. So, jetzt müssen wir suchen. Wir gucken doch als erstes mal einen Schubkast. Da finden wir eine 2. Da so. Und einen Kamm. Okay, bis jetzt relativ einfach. Nein, nicht wieder reingucken. Weg. Hier haben wir einen Bleistabschirm. Ich habe das Gefühl, wir müssen was malen. Vielleicht hier so. Eine Sonne. Das war auch vorher als Sonne zu erkennen. Aber gut, okay. Man will ja nicht meckern. Hier finden wir eine Pistole. Wir brauchen noch ein Segelboot. Haben wir ein Boot ohne Segel, für das wir Segel suchen müssen. Ich sehe zumindest nichts. Und einen Beil brauchen wir auch noch. Äh. Wo könnte man den... Oh, hier war was. Ah, da schmeißen wir mal das Bild runter. Finden einen Beil. Das sieht recht abartig aus für einen Beil. Aber okay. Jetzt fehlt uns nur noch ein Segelboot. Da haben wir es hinter der Lampe versteckt. Mache ich zu Hause auch immer so. Wenn ich mir mal Dekosachen kaufen sollte, was sehr selten vorkommt. Kennt man als Kerl ja, kauft man nicht so oft Dekokram. Braucht man nicht. Staubt nur ein. Aber wenn ich dann doch mal was kaufe, dann stelle ich es hinter Lampen. Und oh Wunder, oh Wunder. Wir haben tatsächlich mit dem Wagenheber die Säule zur Seite bekommen. Finden da drinnen eine Schüssel. Eine Blume. So eine fleischfressende. Und ein Wörterbuch brauchen wir. Weil da ist eine komische Inschrift. Die wir sofort entziffern müssen. So, wo haben wir die komischen Blumen gesehen? Hier so. Oh, jetzt kommt wieder ein tolles Spiel. Um die Tür zu öffnen, musst du die Blumen in einer speziellen Reihenfolge anklicken. Wenn du auf die nächste Blume in einer Reihenfolge klickst, dann öffnet sich diese. Wenn du eine falsche Blume anklickst, musst du von vorne anfangen. Okay. Das ist schon mal gut. Nein. Na, wir hatten doch gerade eine. Okay, wir brauchen vorher irgendwas. So. Okay, wir müssen scheinbar mit der anfangen. Dann die. Das ist verwirrend. Jetzt haben wir's. Na also. Ein dusseliges Spiel. Aber eine Tür öffnet sich und hier ist. Ei. Hat diese riesige Pflanze alle Bienen gefressen? Vielleicht lässt sie mich passieren und ich ihr etwas zu fressen gebe. Ah, die blöde Blume hierüber könnte ich auch einfach mit der Axt kaputt schlagen oder ein Gewicht draufschmeißen. Eine Schüssel Essstäbchen. Eine Schüssel Essstäbchen. Damit kann man dann bestimmt das Ding füttern. Okay, hier haben wir noch eine Taste. Gibt es noch was abzugreifen? Loop. Nerv nicht. Blöde Pflanze. Ne, scheinbar erstmal nicht. Aber macht nix. Wir haben eine Taste bekommen. Damit gehen wir zurück nach Indien. Setzen hier eine Taste ein und schon geht das los. Stelle die richtige Reihenfolge von Symbolen ein. Klicke auf Pfeile, um die Symbole zu verändern. Die richtige Reihenfolge hast du bereits in einem anderen Ort gesehen. Okay. Äh, das Tagebuch. Was hat man hier alles? Urkel von Jericho, Skelett im Tempel hat man, glaube ich, auch schon. Der Schädel, das hat man auch gelesen. Äh... Ich fand einen unglaublichen Brief. Sen Yohu, das Gespenst, dem ich begegnet bin, hat ihn wohl nach ihrem Treffen... Nach ihrem? Das sah aus wie ein Kerl. Nach ihrem Treffen an Gabriel geschrieben. Aber wie ist das möglich? Der Brief ist mehrere Jahrhunderte alt. Wie alt ist Gabriel? Ja, wahrscheinlich definitiv auch mehrere Jahrhunderte. Könnte man vermuten anhand des Alters des Briefes. Der zweite Schädel. Der Schädel war im Innern der Buddha-Sta... Okay, wir können ja auch wieder... Der Schädel war im Innern der Buddha-Staat-Ur. Einer der anderen Schädel ist bereits in der Urkel. Also muss ich nur noch zwei weitere finden. Indien. Ich bin in einer antiken Stand in einem Dschungel in Indien oder Pakistan. Nein, definitiv Indien. Das war der Indien-Schlüssel. Dieser Ort liegt in Trümmern. Es sieht so aus, als wäre er bombardiert worden. Was hat diese umfangreichen Schäden verursacht? Ein Krieg? Eine Naturkatastrophe? Oder der geheimnisvolle Stein aus Tibet? Welcher Stein? Das ist ja auch egal. Das Tagebuch. Ich fand ein Tagebuch, das einem alten Freund gehörte. Er reiste in der ganzen Welt herum, immer auf der Suche nach dem Haus der tausend Türmen. Er sammelte unablässig Beweise, um seine Existenz zu beweisen. Es scheint so, als glaubte er fest daran, das Haus würde hier wieder erscheinen. Ich muss die Überreste dieser Stadt durchsuchen. Die Einheimischen sind zu verängstigt, um hierher zu kommen, sodass ich niemanden überzeugen konnte, mein Führer zu sein. Sie sagen, eine riesige Explosion hätte einst die Stadt zerstört. Ein nuklearer Angriff in der Antike? Das ist nicht möglich. Das kann ja auch nicht einfach... Ne, da will ich nicht hin. Wir haben das schon mal woanders gesehen. Da bestimmt nicht. Könnte man sowas schon mal gesehen haben. Wir gucken mal hier so. Ne, hier sehe ich sowas definitiv nicht. Da ist nur eine nervige Pflanze. Da fehlt uns immer noch ein Schildstückchen. Da waren wir auch schon. Okay, hier haben wir das schon mal nicht gesehen. Ich habe das noch nicht woanders zu sehen. Nicht der Meinung. Ah, hier jetzt auch noch mal lang. Ein Gewicht. Ja, das hängt hier alles ein bisschen schief. Das ist aber kein Ding hier. Schmeißen wir noch ein paar Gewichte auf. Es fehlt aber noch eins. Hier gibt es Harz. Ja, uns fehlt noch ein Gewicht. Könnt ihr mal jetzt hier irgendein Stein nehmen, der rumliegt. Aber das wäre zu einfach. Ne, hier haben wir das nicht gesehen. Da definitiv auch nicht. Ich habe das noch. Wo haben wir das bitte gesehen? Okay, wir machen das nach Zufallsprinzip. Okay, damit sind wir durch. Eins weiter. Ich mache immer so lange, bis unten der rote Kreis wieder ganz vorne ist. Das nehmen wir so als Anhaltspunkt. Das kann sich nur um Stunden handeln. Halt, darum zu weit. Hier noch eins weiter. Also wie gesagt, höchstens ein paar Stunden oder so, bis wir alles durchgekriegt haben. Verdammt, die sind in der zweiten Reihe anders angeordnet als hier ganz unten. Da kommt er jetzt. Okay, damit sind wir durch. Nee, das ist mir zu doof. Wo haben wir das gesehen? Wo sollen wir das gesehen haben? Tipp. Da. Ja, aber wir haben das noch nicht vorgesehen. Dann müssten wir es ja auch hier irgendwo hier drin haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an hier einfach mal durchblättern. Nein, da haben wir nicht solche Symbole. Nein. Nein. Da ist Amanda, aber kein Symbol. Hier waren zum Beispiel die vom Drachenkopf. Okay, dann haben wir vielleicht in irgendeiner anderen Zeitung die komischen Symbole schon mal gehabt. Okay, Moment, zurück. Nee. Da ist definitiv nicht. Oh, hier haben wir ein Expertenobjekt. Top. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, mehr, ne? Hätte ich gedacht. Hm, kann man Nägel mit einer Axt rausziehen? Nein. Schade. Na, man kann ja nicht alles haben. Das ist aber auch verzwickt hier. Und hier sehe ich definitiv... Ah, hier, guck mal. Hier, so müssen die drei runden Dinger stehen. Verehrter Herr Gabriel, meine Suche war nicht erfolgreich. Die antike Stadt liegt in Trümmern. Und Diebe haben all ihre Schätze geraubt. Ich bezweifle, dass es hier noch etwas von Wert gibt. Obwohl ich mehrere Objekte gefunden habe, die weitere Studien rechtfertigen. Punkt. Der Satz ist doch irgendwie unvollständig. Dass es hier noch etwas von Wert gibt. Punkt. Obwohl ich mehrere Objekte gefunden habe, die weitere Studien rechtfertigen. Punkt. Naja, gut, okay. Ich habe sie im Haus versteckt, damit niemand anderes sie verwenden kann. Wir brauchen hier, äh, der Zitrone, sage ich jetzt mal. Ne, sie, wenn wir so eine Zitrone haben, ist ja auch real. Hier, das runde Ding brauchen wir dreimal. Ja, da hätten wir schon Weichen gebraucht hier, ne, bis wir uns da durchgeklickt hätten. Gleich, jetzt. Top. Und es passiert. Oh, toll, ein Skelett. Der gibt uns... Einst lebt ja ein alter Mann, der alle Tiere schnitzen konnte, die hier einst lebten. Er machte sogar Flöten aus den Zweigen der Palme. Sie klangen wie Paradiesvögel. Ein Schnitzer quasi. Und ein Gewicht. Und der sieht nicht mehr so gut aus. Den ignorieren wir da einfach. Ab zum Gewicht. Dann können wir hier, äh, hopps, dran. Hier nehmen wir einen Enterhaken mit. Klare Sache. Und dann geht das da über die Brücke. Uh, Äffchen. Bandernschalen. Es sieht so aus, als hätten die Affen nur eine Party veranstaltet. Die Ferkel. Sieht aus wie der Holzstädter einer Fackel. Ah, top. Jetzt haben wir auch eine Fackel. Ja, die Achne hier kombinieren geht ja am Inventor nicht. Da steht noch was rum. Noch ein Expertenobjekt. Kann man nie genug von haben. So, und den Affen. Der riesige... Na, ich sollte die Affen ablenken und die Felsglocken mit Dynamit wegspringen. Warum nicht beides zusammen? Jetzt kommen wir die Achse brauchen. Hm, na gut. Kann man sich drüber streiten. Gibt's einen Edelstein? Prinzipiell nicht schlecht. Da brauchen wir auch bestimmten Hebel. Achso, ja, der Hebel, der diesen Mechanismus steuert, fehlt. Na gut. Wir können ja die fleischfressende Pflanze herholen. Die kann dann die Affen fressen. Ah, Moment. Wir haben ja hier, äh, Topf. Harz. Das schmilzt jetzt. Wir machen uns da mit ne Fackel. Fackel mit Harz. Rendefackel. Harz ist immer noch dran, aber das muss nicht extra erwähnt werden. Oh, und dann können wir das hier reinstecken. So, und dann können wir hier gleich mal noch ein Edelstein loswerden. So. Sieht's Inventar gleich viel aufgeräumter aus. Wir gucken jetzt mal hier runter. Wir brauchen eine brennende Laterne. Da haben wir eine Laterne. Wie kann ich die Laterne anzünden? Mit einer Lupe wäre theoretisch möglich, wenn genug Sonne da ist und die Linse groß genug ist. Okay, hier können wir einen Korken irgendwo besorgen. Da brauchen wir aber erst mal eine Flasche. Suchen wir doch erst mal was, was man, wo man nichts machen muss. Eine Teekanne zum Beispiel. Die da? Nein, die nicht. Okay, vielleicht eher ein Löwen. Den haben wir da. Immerhin das erste Erfolgserlebnis. Wir brauchen einen Trichter. Einen Trichter. Das ist wieder so ein hässliches, vollgestopftes Zwingelbild. Oh, hier drinnen finden wir einen Diamanten. Immerhin. Einen Hebel. Einen Ball nicht. Ne, das brauchen wir auch alles nicht. Was auch immer das hier ist. Eine 45 auf keine Ahnung was. Ein Stecker. Ein Blatt, eine Patrone. Das brauchen wir alles nicht. Einen Pilz können wir gebrauchen. Schreibt uns zumindest ein Spiel vor. Den finden wir bestimmt da. Einen Pilz. Das ging doch mal relativ gut. Einen Blatt. Das hatten wir hier drinnen schon mal gesehen. Ein Radieschen. Das hatte ich auch gerade. Hier unten ist es. Ein Radieschen. Eine 5. Ich sehe ein A. Da ist eine 5. Eine Pistole. Das habe ich da hier. Klassisch eine Luga. Wir brauchen den Trichter immer noch. Eine Feder, eine Brille und eine Teekanne. Das sind doch viele Federn. Das sind doch einfach eine vom Vogel. Rupf sie ihm raus. Tropenvögel können das ab. Wo soll denn hier eine Teekanne sein? Das ist da? Ne, das ist wie so ein Nachttopf. Da würde ich persönlich keinen Tee drin servieren. Da ist eine Teekanne. Okay, dann suchen wir mal weiter. Äh, Brille, Feder, Trichter. Hier ist noch ein Trichter. Ja, Laterne müssen wir anzünden. Das haben wir ja nun schon mitbekommen. Einen Korken müssen wir irgendwo rausziehen. Eine Tasse haben wir noch. Was wird noch? Da, die ist kaputt. Dafür war der Kleber hier. Gut, würde ich jetzt so auch nichts draus trinken. Aber das Skelett hat die Brille auf. Auch das macht halbwegs Sinn. Wir brauchen immer noch eine Feder, die wir hier nirgendwo rausrupfen können. Aus dem Vogel oder so. Äh. Achso, hier haben wir schon reingeguckt. Da gibt es aber nichts weiter. Hier ist auch keine Feder. Nein. Nein. Achso, ja, eine Feder kann ja auch sowas da sein. So, wir brauchen jetzt was zum Laterne anzünden und irgendwas, wo wir einen Korken rausziehen können. Da können wir keinen Korken rausziehen. Hm. Da, aus dem Gläschen. Mit dem Totenkopf drauf. Das hätte ich auch als erstes aufgemacht, wenn ich den Korken sowieso nicht brauche. Jetzt brauchen wir nur noch etwas, um die komische Laterne da anzuzünden. Ich sehe momentan aber wieder, doch hier sind Streichhölzer. Super, haben wir ja alles gefunden und bekommen jetzt einen Hebel. Ja. Und, äh, wenn ich so nach drüben auf die Uhr schaue, sollten wir jetzt auch dringend Feierabend machen mit der Folge. Ich bedanke mich an der Stelle wie üblich fürs Zuschauen. Mit dem tollen Hebel, einem Enterhaken, einer Schüssel und ein paar Essstäbchen geht's dann nächste Folge spannend weiter. Ich hab da schon was Tolles vorbereitet. Ne, war ein Scherz, ich hab nix vorbereitet. Nehme jetzt aber gleich einfach die nächste Folge noch auf, weil's so viel Spaß macht. Ihr seht die dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich üblich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.